Es gibt Wichtigeres im Leben, als so ein friekiger Auserwählter zu sein, Kleiner. Aha. Und was soll das sein? Naja, zum Beispiel... Also? Nun, ähm... Komm schon, ich hab ja wohl eine Antwort verdient. Wir reden später darüber. Ha! Du weißt es nämlich nicht. Weiß ich doch. Weißt du nicht. Weiß ich... Komm nach vorn, wir haben ein Problem. Nur eins? Das ist ja ganz was Neues. Weiß ich doch. Weiß ich doch. Weiß ich doch. Weißt du nicht. Weiß ich... Was zum Henker... Mongoluns. Ein ganzer Schwarm. Dann dreh ab, bevor wir mit denen zusammen krachen und hochgehen. Das wird uns zusätzlich Sprit kosten. Dreh ab, oder es wird für keinen von uns eine Rolle mehr spielen. Aber das hinterher keiner meckert. Äh, was bitte schön sind, Mongoluns? Luftwesen, Schätzchen. Rauchdünne, riesige, lebende Gasblasen mit einem Gehirn von der Größe eines Stecknadelkopfes. Tauwalder, sag hallo zu deinen Verwandten. Sehr witzig. Normalerweise leben die nur weit draußen über dem Meer. Vielleicht haben sie sich verflogen. Das müssen Tausende sein. Sie sind wunderschön. Ähm, Gasblasen. Was denn für ein Gas? Kurikan. Die natürliche Vorstufe von Kurikum. Ist das nicht brennbar? Sehr sogar. Deswegen nimmt man das für Luftschiffe heute kaum noch. Hm. Kann die Helikon eigentlich mit Gas fliegen? Diese Kiste fliegt mit allem, was brennt. Wieso? Dann könnten die Mongoluns doch die Lösung für unser Treibstoffproblem sein. Wir zapfen die einfach an. Boah, so einfach ist das nicht. Außerdem willst du uns doch mit dem Trick von Dingens retten. Ach, das verhindert nur das Abstürzen. Nach Hause kommen wir damit nicht. Nach Hause kommen wir damit.